Schniffti, die schnufffti, schniffti, schnäuf. Warum ist mir ja heute so nach, äh, ich nenne es mal singen. Oh, wir müssen rundumschlag. Bumm. Und es hat bumm gemacht. Da kam mein Schlag von oben. Und da ist noch eine. Alter, ich muss gleich weg. Hilfe, ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Ich bin tot. Ehrlich? Ja. Ich räche dich. Bitte. Bumm, tot. Sieh. Ich musste nämlich kurz zurückgehen, weil ich auch was trinken musste, sonst wäre ich auch gestorben. Und ich trinke nochmal ein bisschen was. Äh, do you coming to me? Ja. Autsch. Gluck, 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 gluck. Irgendwie habe ich ein Suppenproblem. Aber egal, ich trinke nochmal was. Ne, das ist ja keine Suppe. Ich habe ja hier die, 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 die Ananascheim. Die, 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 die. Irgendwie habe ich es heute. Was flackert da hinten? Das ist doch ein Lager. Das habe ich doch gerochen. Und mit dem Bett. Mit dem Bett. Und ich trinke hier wie doof, ey. Der liegt schon und schläft. Ich trinke hier wie doof und fülle mich hier auf. Dabei ist hier ein Lager, ey. Leck mich am A, A, A und am B, B und am C und leck mich am D. Hör ich ein E. Aber ist natürlich jetzt auch albern, wenn wir jetzt hier die ganze Nacht hier so verbringen. Das dauert ja ein bisschen, ne? Machst du dir Happa, Happa am Lagerfeuer? Ja, sicher. Das ist ja schon mal sehr, 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 sehr gut. Du bist ja auch noch voll aufgeladen, sehe ich gerade. Ey, du bist sowas von geladen, bist du? Okay. Wenn du fertig bist mit Essen machen, sagen wir Bescheid, ne? Dann mache ich mir da ein bisschen was. Bist du fertig? Und jetzt? Bist du immer noch nicht fertig? Auch jetzt noch nicht. Scheiße. Hilfe. Ja, aber von den Tieren her gesehen haben wir jetzt schon richtig viel beisammen, ne? Wir haben schon einen kleinen streichelt, so. Ja. Ich mag gestreichelt zu werden. Oh, Hilfe. Was ist jetzt denn los? Mh, lecker gestreichelt werden. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich denke, dass das Cube World wahrscheinlich dann für die Zukunft auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial hat. Ja, allerdings müsste dann auch mal langsamer wieder ein neues Futter rauskommen bei Cube World, weil sonst wird das ein bisschen eintönig, ein wenig eintönig. Wow, wir haben schon Mitternacht durch. Bist du da fertig? Nein, ich muss noch ein bisschen Ginsein so bekochen. Jetzt bin ich fertig. Boah, das kann ja wohl nicht sein, nur weil du so viel Ginsein hast, ey. Jetzt bin ich fertig. So, dann fliegender Bettenwechsel, hier ist warm gefurzt, leg dich sofort ins Bett rein. Nein, ich will frische Lagen. Los jetzt, leg dich hin. Wie geht es? Mir schlecht. So, und da bleibst du jetzt schön liegen und ich mach mir hier auch mal ein bisschen hier, 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 da haben wir nix. The Spirit of Life. Mushroom. So, da haben wir ja ein paar eingesammelt, da mach ich da auch erstmal ein bisschen Happa, Happa. Ein paar Onions eingesammelt. Das sind doch die Onions, ne? Onions Slice, genau, Onionscheiben. Zwiebelscheiben. Da haben wir nix. Ginseng, Soup. Ich kann gleichzeitig mal ein bisschen skillen. Äh, ich mach den da. Ja, Hauptsache du liegst dabei. Also ich werd beim nächsten skillen, ich hoffe, ich denke dran, da mach ich den Glider weiter, damit man weiter fliegen kann. Ja. Weil das benutzt man ja jetzt doch recht oft, ne? Mhm. So, ich mach mir jetzt auch mal gerade Ginseng, Soup. Ein bisschen hab ich ja eingesammelt, wenn auch nicht viel, weil du mir die ja fast alle weggenommen hast, ne? Das ist ja gar nicht wahr, das war umgekehrt. Ach, hol doch auf. Das ist, das, da fehlen dir die Beweise. Ja, wie viel Gegensein-Suppe darfst du kochen? Deine Verbindung ist gerade, ich hör dich gerade nicht, dein Ton, der ist ganz, ganz schlecht. Ne, liebe Zuschauer? Man kann die La Contessa gar nicht verstehen, ne? Ihr könnt mal schreiben, wie gemein der Reichskraft zu mir ist. Ich bin schon ganz frustriert, ich krieg gar keinen Ginseng. Soll ich dir jetzt was sagen? Was? Jetzt wirst du richtig wütend werden. Ich hab so viel Ginseng, dass ich gar nicht mehr alle machen kann. Boah, du bist so ein Arsch. Ich hab noch 10 über, die restlichen 10 kann ich nicht machen. Du bist so ein Arsch, ich durf grad mal 6 kochen. Ja, ich hab jetzt gerade nur so 40 oder so gemacht, mir nicht. Boah. Boah, jetzt wirst du richtig. Jetzt geht's ab. Jetzt mag ich nicht mehr, das ist schon mobbing hier. Alter. Ich hab überlegt, ob ich dir das sagen soll oder nicht, aber gut. Hättest du mal besser nicht getan, jetzt muss ich dich gleich killen. Es wird hell. Es wird übrigens hell. Sehr gut. Dann haben wir das ja doch hier echt gut hingekriegt, du. Und hat jetzt gar nicht so lange gedauert, ne? Ja. Okay, pass auf. Ich bin hier auch fertig. Alter, ist doch geil. Das haben wir gut hin. Ich muss noch mal ins Feuer. Du Sack hast dir Ginseng geholt. Ich könnte dich töten. Du Sack hast dir Ginseng geholt. Ohne mir Bescheid zu sagen. Wir haben gesagt, wir teilen uns hier alles. Ja, da gibt's aber auch nur ein Problem, ne? Da gibt's so einen kleinen... Dass du dich nicht dran hältst, genau. ...kleinen Mitspieler, der heißt der Reichsgraf und der hält sich da nicht dran. Nein. Alter, hilf mir mal schnell. Ich hab was angerichtet, was ganz Schlimmes. Kaum lässt man ihn alleine, schon macht er nur Scheiße. Ich habe etwas ganz Schlimmes angerichtet. Ich habe was ganz Schlimmes gemacht. So, und darum sind noch welche. Die greifen wir aber jetzt nicht an, sondern erst jetzt. Alter. Wo willst du hin? Alter, die läuft immer weg. Jetzt laufe ich so rum. Alter, wo ist die denn immer? Kann die auch mal still bleiben, dass man sie besser tritt? Ey, du Opfer. Ey, du Opfer, du brauchst die nicht wehren. Ach, sieh, keine Chance. Jetzt aber. Oh, aber weißt du was? Wo war das Lager gewesen? Wo war das Lager? Wo war das Lager? Wo war's? Alter, wo war das Lager? Hier unten beim Busch. Hier, hier. So, ich leg mich nochmal eben kurz hin, weil das war ja jetzt doch ein bisschen heavy. Aber nur solange wirklich die Energie voll ist, dann stehe ich sofort wieder auf. Und dann habe ich da hinten nämlich so Beatles gesehen wie da. Ja, und die Beatles. Magst du die nicht? Die können wir. Doch, ich mag die Beatles. Ich mag die Beatles. Weil du immer drauf haust auf die Beatles. Sie liefst du, yeah, yeah, yeah. Sie liefst du, yeah, yeah, yeah. Bis hinter mir? Ja. Gott. Hab ich doch den Verdacht richtig gehabt. Wir müssen nicht alle gleichzeitig hier. Ich hole ihn wieder ein hier hinten hin. Hä? Was machst du? Der bleibt stehen und schießt auf dich. Ach, der schießt. Ja gut, dann hier. Jetzt kriegen sie alle hier aufhören, Mütze. Alter, gegen wie viel kämpfen wir denn jetzt hier gleichzeitig? Ich bin gleich tot. Äh, ich auch. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Pass mal auf, dann gucke ich mal auf die Karte. Dann lassen wir das mal. Äh. Äh. Scheiße. Ähm, ich bin schon wieder tot. Ich auch. Mist, jetzt sind wir aber woanders. Alter. Ich wollte auf die Karte gucken. So, warte. Jetzt nochmal. Ich seh die Schwerter nicht mehr. Hm. Siehst du die Schwerter auf der Karte? Nee, da ist der Canyon. Hä? Hä? Ich hab die Schwerter nicht mehr. Nö, ich hab auch keine Schwerter mehr. Nö, dann gehen wir trotzdem mal in die Richtung weiter, ne? So wie wir sagten, ne? Ja, komm, machen wir. Alter, aber das ist aber schon ein bisschen komisch, ne? Halt, halt! Warum runter? Warum runter? Wenn das gute Glück am Hängegleiter doch so nah liegt. Das ist aber irgendwie echt merkwürdig, ne? Wo fliegst du denn? Richtung, äh, Südost, etwas mehr nach, äh, Süd. Wow, gerade geschafft über den, über den, äh, Baum noch wegzufliegen. Ja, du bist ein bisschen weiter weg. Uh, und hier sind Alpakas, Alpakas. Da lande ich, da lande ich, da lande ich. Oh, oh. Kommen sie, junge Frau, zu den Alpakas. Äh, 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 mach das Alpaka. Äh, mach das Alpaka. Nein, du Sack, du Ah, du Ah, Punkt. Ist da noch eins? Du, ah, 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 du Ah, du Ah, du Ah, du Ah, oh, da ist ein Frogman. Komm, den nehmen wir. Boom. Froggy, die Frogman. Krieg ich einen Rundumschlag hier verpasst, du, der Frogman. Der quakt ja sogar beim Sterben. So, da hinten sind Hexen, da hinten sind Hexen, da geh weiter rechts, geh weiter rechts, da hinten sind Hexen. Du Ah, du Ah, du Ah. Du Ah, 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 ah. Du M, du M. Wir sind wieder so fiese. Ja. Du M-Stück. Du M-Stück. Immer mitten. auf die Nasenspitze. So. So, pass auf. Erst mal Trinky-Trinky und erst dann nehmen wir uns da hinten den anderen vor. Der kommt aber jetzt verdächtigt näher. Der kommt näher. Gut. Bist du soweit? Nein. Gut, dann gehen wir drauf. Jetzt. Jetzt. Und los. So, wenigstens sind die Fähigkeiten auch wieder alle da. Zack, zack, zack. Immer rein, immer rein, immer rein, 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 immer rein, immer rein, immer rein, immer rein, rein, rein. Das alte Schwein, das alte Schwein, immer, immer, immer rein. Lalalalalalalala, lalalalalalalala. Ey, hast du die jetzt alle geschnallt? Nö, sonst würdest du ja unten stehen. Dann hat, war da nur ein einziger gedroppt? Anscheinend. Wie, äh, kleinlich. Das ist für dich immer noch zu viel. Äh, warte mal eben, ich guck mal eben auf dem Map. Alter, das Schwert ist weg. Merkwürdig, ne? Cube World, du alte Sackratte. Dich muss man nicht immer verstehen. Links am Ufer, da ist was. Geh da mal hin. Du Arsch, du Arsch, hast du wieder eingenommen. Äh, Hilfe. Das ist nicht witzig, das war die Strafe. Wo bist du denn jetzt? Hinterm Bau. Ach, hinterm Bau, du bist also am Bau. Wo bist denn du? Alter, ich bin, ich bin hier oben am Berg und ich könnte jetzt so geil rübergleiten. Was hier denn? Kühe. 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 Ja, warte, nicht, nicht hauen, nicht hauen. Na, warte auf mich. Nicht hauen, nicht hauen. Unten am Berg. Guck. Warte, ich komme. Guck auf die Karte, so wie du mir das auch immer sagst. Komm. Warte. Ja, ja, ich bin ja schon gleich unten. Gut, komm. Gut, 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 gut. Aua. Wo bist du denn? Die Kuh kuschelt sich gerade in meine Haare. Ah, solange die sich bei dir nicht noch woanders reinkuschelt, ist das ja alles noch easy. So, wo bist du? Ach, da. Oh, ganz viele. Okay, die machen wir mal eben. Hui. Oh, schöne Kühe. Tote Kühe. Waren das jetzt drei Stück? Ja. Sieht ja irgendwie so aus, ne? Äh, da, Beatles. Oder einen, sehe ich. Der ist aber auch nicht ohne. Aber wir sind es ja auch nicht mehr ohne. Wir rocken ja mittlerweile auch ganz schön, ne? Ja. Alter Falter. Geile Mucke. Geile Mucke. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt aufkomme. So, pass mal auf. Ich glaube, von hier aus kann man wieder geil gleiten. Ähm. Südost, ne? Go. Alter, da unten sind aber Zwiebelringe. Nee, Radieschen sind das. Ja, Radieschen, 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 Radieschen. Boah. So, komm. Äh, das war's schon, ne? Natürlich blöd. Da hätten wir jetzt natürlich einen richtig langen Flug machen können. Aber wir wollen ja hier auch, ne? Aufsteigen. Und dazu sind uns natürlich alle Mittel recht, ne? Ja, dir sowieso. Ich gehe über Leichen. Ich gehe über Leichen. Und jetzt gehe ich über diese Leichen hier gleich. Alter, was ist das denn? Ich habe gar nicht auf meine Energie geachtet. Äh, ich bin tot. Ja, ich auch. Äh, warum bist du wieder so weit weg? Nee, du, jetzt bist du hier. Äh, warte mal. Lass mich mal auf die Karte gucken. Ja. Äh, okay. Wir gehen in die, in die, in die Richtung, äh, gehen wir dann gleich weiter. Aber, das, äh, machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, wir bleiben jetzt erst mal stehen. Ist, glaube ich, eine ganz geile Stelle. So, das heißt, wir beenden jetzt, äh, hier die Folge. Ähm, wir bedanken uns, äh, bei euch fürs Zuschauen. Und, äh, ja, ihr könnt ja mal, äh, in die Kommentare schreiben, was ihr so von Cube World haltet. Äh, lohnt sich das, äh, Cube World noch weiter zu Let's Playen? Sollte man vielleicht lieber irgendwie eine Pause einlegen? Oder sollte man ganz aufhören? Wie auch immer. Also, es wäre gut, wenn ihr da eure Meinung mal unten in die Kommentare reinschreiben würdet. Äh, da würden wir uns richtig drüber freuen. Aber, Moment mal eben, jetzt sehe ich gerade was. Äh, 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 ist ja egal. So, alles klar. Das heißt, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.